Oh, es geht wieder los mit den Viechern. Ja hallo, ich bin der Vari und ich bin wieder bei meiner EISIGA IG600 an dem neuen Standort. Ich zeige euch jetzt erstmal die Aufnahmen, die hier entstanden sind. Viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Aufnahmen habt ihr gesehen. Zu der EISIGA IG600 brauche ich nicht mehr viel sagen, da habe ich schon ein Video drüber gemacht. Ich gehe jetzt ein Stückchen weiter, hänge eine neue Wildkamera auf. Das Video schneide ich ja erst zusammen, wenn Aufnahmen entstanden sind und wenn die Kamera noch da ist. Das seht ihr aber erst in einem anderen Video, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, euer Mari. Leuchtet, bewegt sich, leuchtet, bewegt sich, leuchtet. Das sieht ja aber an. In der Innentasche? Nee, bei der eben nicht. Du machst es auch so. Der hat auch zwei Schachteln. Ein Mikrofon. Tja, was soll ich sagen? Kaum räume ich hier mein Zeug ein, finde ich hier Glas im Wald geil. Das nehme ich natürlich mit.